Hi, ich bin Johannes aus dem FITFOLS in Weiblingen. Super, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute für euch ein kurzes Skid-Walkout-Training vorbereitet. Wir werden heute drei Runde absolvieren mit verschiedener Belastungszeit. Bereit dir vielleicht eine Mache vor, schaff dir kurz Platz und gleich legen wir mal los. So, auf die Plätze, bereit, let's go! Knie ziehen wir hoch zur Brust. Arme machen auch mit. 30 Sekunden Belastung. Noch 10 Sekunden und wechseln die Übung. 3, 2, 1 und gehen wir in die Liegestützeposition. 10 Sekunden. 1, 2, 1 und wieder stehen wir auf. Heines. Ganz ruhig. Halt das Tempo. 1, 2, 1 und. Boxen wir. 30 Sekunden lang. 1, 2, 1 und wieder. 10 Sekunden Liegestütze. Und wieder. 1, 2, 1 und wieder. 1, 2, 1 und wieder. Sehr gut. Wir bleiben miteinander schneller. Oh, das ist die Sekunde. die Borde. Etwa zehn Sekunden noch. Zieh durch. Und wieder zehn Sekunden leggeschütteln. Super, du hast gerade die erste Runde geschafft. Kurze Pause, zwei Minuten und gleich sind wir wieder am Start. Runde Nummer zwei. Bist du am Start? Bereite dich vor. Gleich legen wir mal los. So, drei, zwei, eins und ein bisschen. Knie hoch. Arm arbeiten mit an dem Körper. Und. Okay, wir liegen still zur Position. Let's go. Schnell wieder auf. Und wieder heilig. Ausatmen. Ein und ausatmen. Und halt das Denken. Und direkt fangen wir an mit Punches an. Ganz ruhig. Ange nach vorne strecken. Bauch leicht angespannt. Und die Hände befinden dich auf Augenhöhe. und leicht nach vorne. Und die Hände befinden sich auf einmal. Und wieder. Und wieder. Und wieder. So, Boxen hier, bleibt an der Stelle und ganz ruhig. Zwei Sekunde noch. Sehr gut, 30 Sekunden, kniebog. Ganz tief, kniezeigen zur Seite. Pass auf die Positionen auf, auch mega wichtig. Sehr gut, fällst du jetzt mit den linken Schlüssel. Sehr gut und die letzten 30 Sekunden. Schönen tief. Rückenbillet an die gerade Linie. 3, 2, 1, gut und du kannst wieder eine Pause verdienen. Zwei Minuten vor dir. So, und wir starten mit der dritten und letzten Runde. Bereit euch vor, wir legen gleich mal los. Auf die Plätze, bereit. Okay, let's go. Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Halt her. Mhm, knie hoch. Halt das raus. Und direkt fangen wir, wie Boxen. Leck an der Stelle, strech von Bord an der Alen. Willi geschützt. Sehr gut. Und noch mal eine Box. Sehr gut. Oh. Die Leibärer, die ja Gühne. Schöne. Einmal wieder. Herr Schöne. Die Leibärer Vorkoier. Ich war nicht so gut. Die Füllen, die Füße vollflächig belasten. Zehn mehr durch. Oh, ein Liegeschritt. Das klingt jetzt normal. Und noch 30 Minuten langen Kniebäu. Wir sind schon fast am Ende. Komm, zeigt euch das Beste. Drei, zwei, eins. Oh, ja. Genial. Du hast das auch geschafft. Super, dass du mit mir durchgezogen hast. Wenn aber das für dich zu wenig war, kannst du fünf oder sieben Runden durchziehen. Ich danke dir für das Mitmachen. Bleib zu Hause. Bleib mit uns mit. Mach's gut. Ciao.